Nach Avengers Endgame wird es natürlich wieder mit den Coming-Verfilmungen weitergehen. Eine Rolle könnte natürlich der Charakter Nemo spielen. Vielleicht bekommen wir den Ball zu Gesicht und ja, wer ist denn eigentlich dieser Submariner und was für eine Bedeutung könnte er fürs MCU haben? Das bekommt ihr nämlich jetzt hier auf Nerdtaste erklärt. Moin Moin Leute oder Imperius Rex? Ich weiß auch nicht, wie man es macht, aber egal. Sein Kampfruf. Nach der Eruption in Avengers Endgame ist es eigentlich klar, dass wir bald Namor, den Submariner, zu Gesicht bekommen. Und ich glaube, ihr wollt wahrscheinlich wissen, wer ist denn das überhaupt und wo setzen sie ins MCU ein? Und darum werde ich erstmal jetzt beginnen mit der Origin-Story. Aber bevor wir beginnen, ich rede auch ein bisschen über Avengers Endgame, deswegen eine kleine Spoiler-Gefahr. Namor, der Submariner, König von Atlantis mit bürgerlichem Namen. Namor McKenzie ist einer der ersten Marvel-Superhelden. Er wurde von Bill Everett geschaffen und trat das erste Mal im Motion Picture Funnies Weekly Nummer 1 April 1939 auf. Dieser bringt stolze 126 Kilogramm Kampfgewicht auf die Waage. Als Sohn eines Menschen und einer atlantischen Prinzessin tritt er Landbewohnern anfangs feindsinnig gegenüber. Kennen wir irgendwie? Kommt mir ein bisschen bekannt vor Vacuum an, aber ist DC. Doch im Zweiten Weltkrieg hilft der Captain America am Kampf gegen NS-Soldaten und tritt später den Avengers bei. Trotzdem gilt seine oberste Loyalität Atlantis. Zum Schutz seiner Leute würde er jeden bekämpfen, auch jene, die er zu seinen Freunden und Verbündeten zählt. Zu seinen Freunden zählen nämlich Captain America, Hulk, Fantastic Four und Doctor Strange. Seine Feinde sind Tiger Shark, Nitro und Atoma. Was kann denn der Namor, der Submariner? Nur bei Gatsessen bei Subway? Nein, natürlich nicht. Er hat übermenschliche Kraft, im Wasser natürlich noch verstärkt. Seine Kondition ist sehr hoch, wie auch das Tempo und die Ausdauer. Er kann sowohl unter Wasser als auch an Land atmen und sich telepathisch mit den meisten Meerestieren verständigen. Flossenartige Flügel am Fußgelenk lassen ihn sogar fliegen. Zudem besitzt er noch ein verlängertes Leben. Natürlich besitzt dieser Superheld auch Schwächen. Anfällig für Dehydrierung und Verschmutzung, wenn er zu lange am Land verbleibt, könnte sogar sterben. Zudem ist Namor ein Hitzkopf. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, welche Waffen hat denn überhaupt Namor am Start? Da hätte ich erstmal als erste Waffe Neptuns Dreizack anzubieten als Herrscher von diesen. Ja, Dreizack kannst du denn, müsstest du Strahl abfeuern oder das Wasser manipulieren. Klingt doch geil, oder? Dann gibt es noch das Horn des Brutholz, die zweite Waffe von ihm. Ja, mit der kannst du dann halt so gesehen Monster herbeirufen. Die Dien, die dann in Atlantis ist ein atlantisches Artefakt. Und er hat natürlich in den Comics, hat er ein komisches Ungeheuer namens Giganto herbeigerufen. Und das ist ein Potwal gewesen mit drei Armen und Beinen. Das stelle ich mir jetzt vor. Jetzt wollt ihr aber wissen, wie ist die Darstellung im MCU? Nach der Eruption unter der afrikanischen Erdplatte, wir haben ja da vier Personen gesehen, wie sie mit Captain America und Natasha Ramonoff sich auseinandergesetzt haben, dass da was passiert ist, kommt es natürlich vermehrt zu Gerüchten im Netz, dass Marvel nun Neo ins MCU einbaut. Ein Grund könnte ein eigenständiger Solofilm mit einem Zusammenhang mit zu Black Panther sein. Was ich mir aber ganz ehrlich nicht vorstellen kann, weil nämlich die Rechte Universal Pictures gehören. Oder dieser wird mit Wakanda als Bösewicht in Konflikt treten. Vermehrt kam es in den Comics zwischen den beiden auch zu Konflikten. Eventuell könnte es der Sub-Arena von einem alten Bekannten, nämlich Dr. Doom, beeinflusst werden. Es liegt ja nahe, weil man irgendwann auch die Fantastic Four in MCU eingeladen möchte. Und Victor Doom ein Erzfeind von T'Challa aka Black Panther ist. Weil Labveria ist ja nicht weit weg von Victor Doom. Aber ich habe auch schon gehört, dass wohl ein Erik Killmonger wohl vielleicht wieder am Start ist bei Black Panther 2. Diese Konstellation wäre eigentlich auch ziemlich geil. Danach wäre wohl wieder Friede, Freude, Eierkuchen zwischen Namor und T'Challa. Ist in den Comics auch so. Und er tritt einfach den neuen Avengers in Phase 4 bei. Ja, das war ein Video über Namor, den Sub-Arena, den man so kennt. Und ja, was in den Kommentaren könnt ihr gerne reinschreiben. Wen könnt ihr als nächstes erklären? Wen möchtet ihr gerne haben? Und zweitens, teilt doch gerne das Video. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und wir sehen uns in den nächsten Tagen, wenn ich nochmal so ein paar Sachen erzähle. Wie welche nächsten Filme rauskommen in mehr MCU. Aber es gibt ja sehr viele Spekulationen. Und ich glaube auch, mal gucken, was ich denn so sagen werde. Würde ich sagen, bis dann. Und ciao und bam! Bis zum nächsten Mal.